Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind in der Körperberechnung und heute geht es um die quadratische Pyramide. Jetzt sagt ihr, quadratische Pyramide? Ja, es gibt ganz viele Pyramiden, denn schaut mal her, hier ist auch eine Pyramide. Nun, eine quadratische Pyramide hat, wie der Name schon sagt, eine quadratische Grundfläche. Meistens sagt man dazu einfach Pyramide. Gemeint ist dann aber die quadratische Pyramide. Und wie gesagt, es gibt auch andere. So, in diesem Video wollen wir auf die allereinfachste Art und Weise das Volumen berechnen. Und das ist total einfach, wenn man die richtigen Maße hat. Ich kann euch aber sagen, wir werden zu diesem Themenbereich, zu dem Körperpyramide, ganz viele Videos machen, denn man kann wahnsinnig viel berechnen. Und besonders häufig werden wir bei den Themen, wenn es schwieriger wird, den Satz des Pythagoras brauchen. Heute allerdings noch nicht, denn das hier ist das erste Video und da halten wir es schön einfach so. Ihr seht also, das hier ist ein, seht ihr es, Spitzkörper. Und das bringt uns schon mal zur Formel, das Volumen dieses Körpers, eines Spitzkörpers, ist immer ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe des Körpers. Das ist die ganze Formel. So, jetzt müssen wir uns noch kurz nochmal angucken. Grundkörper ist ein Quadrat. Also können wir die Formel noch ein bisschen verfeinern. Das Volumen ist ein Drittel, a mal a für ein Quadrat, mal hk, die Höhe des Körpers. So. Und wenn wir jetzt die richtigen Maße haben, nämlich a und hk, dann ist das ja wirklich total einfach. Und so machen wir es jetzt auch. A, die hier unten, die Kante, die soll jetzt 4 cm sein, unserem ersten Beispiel. Und hk, das ist die Höhe, und da darf man jetzt nicht durcheinander kommen, die Höhe des Körpers. Also von hier bis zur Spitze. Das ist praktisch die, im Körper verläuft. Kann ich jetzt leider schlecht zeigen. Das ist hk, die Höhe des Körpers. Und die soll unserem ersten Beispiel 5 cm sein. So. Und jetzt, wenn wir a und hk haben, die Höhe des Körpers, dann ist das total einfach. Dann müssen wir nämlich nur einsetzen. Das Volumen ist ein Drittel mal 4 cm mal 4 cm mal 5 cm. Man sieht schon, cm mal cm mal cm. Im Ergebnis kommt da cm hoch 3 raus. So. Einige haben ja immer Angst vor diesen Brüchen. Man könnte auch eintippen, zeige ich euch gleich, 4 mal 4 mal 5 geteilt durch 3. Weil ein Drittel heißt ja nichts anderes als 4 mal 4 mal 5 mal 1 geteilt durch 3. Es ist total egal, wie ihr es aufschreibt. Ihr könntet auch aufschreiben 4 mal 4 mal 5 Bruchstrich 3 drunter. Es gibt verschiedene Schreibweisen. Wichtig ist nur, beim Spitzkörper wird immer geteilt durch 3 gerechnet. So. Ab in den Taschenrechner. 4 mal 4 sind 16 mal 5 sind 80. Das Ganze geteilt durch 3 sind dann 26,6 Periode. Also 6,7. Tippen wir das Ganze noch mal mit Bruch ein. Nur, dass ihr es gesehen habt. Ein Drittel mal 4 mal 4 mal 5. Auch so kann man es eingeben. Kommt das gleiche raus. Oder ihr tippt ein, wie ich es gerade gesagt habe, 4 mal 4 mal 5. Und das Ganze dann geteilt durch 3. Es gibt verschiedene Wege, das Ganze aufzuschreiben. So. Das Volumen dieses ersten Körpers ist dann 26,67. Wir runden auf zwei Stellen nach dem Komma. Die Maßeinheit Kubikzentimeter, Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter. So. Zweimal unterstreichen. Fertig. So einfach ist das. Machen wir noch ein zweites Beispiel. In unserem zweiten Beispiel, und wie gesagt, wir bleiben schön einfach, ist A 5 Zentimeter und HK, die Höhe des Körpers, 7 Zentimeter. Da es sich um eine quadratische Pyramide handelt, ist in unserem Beispiel das hier 5 Zentimeter, das ist 5 Zentimeter, das ist 5 Zentimeter. Die Höhe des Körpers ist wieder von hier unten bis zur Spitze in einer Geraden. Okay. So. Als erstes, und das würde ich euch immer empfehlen, schreibt die Formel auf. Das Volumen ist ein Drittel G mal HK. Die Grundfläche ist ein Quadrat, also ist das Volumen gleich ein Drittel mal A mal A mal HK. Letzter Schritt oder vorletzter Schritt einsetzen. Ein Drittel mal 5 Zentimeter, und wir schreiben die Maßeinheiten mit, mal 5 Zentimeter. Das ist jetzt das Quadrat. Und dann mal die Höhe des Körpers, 7 Zentimeter. Genauso, wie es hier oben steht. So. Dann geben wir das Ganze in den Taschenrechner rein. Wir machen jetzt wieder die schnelle Variante. Wir rechnen 5 mal 5 sind 25, also 5 mal 5 mal 7. Und das Ganze geteilt durch 3, weil es ja sich um einen Spitzkörper handelt. So. Und da kommt raus 58,33. 58,33 Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter macht Zentimeter hoch 3. So. Ich glaube, mehr Beispiele brauchen wir nicht. So einfach ist das, wenn wir das Volumen einer quadratischen Pyramide berechnen, wenn wir A und HK haben. Haben wir HK nicht, also die Höhe des Körpers, sondern zum Beispiel eine Seitenhöhe oder die Seite S. Dann wird das komplizierter. Dann müssen wir mit dem Satz des Pythagoras arbeiten. Das zeige ich euch aber nicht in diesem Video. Dafür gibt es andere Videos. Okay? Das war's.